Am Freitagnachmittag kam es gegen 11.45 Uhr auf der BAB 72 zwischen Zwickau-Ost und Hartenstein zu starken Behinderungen. Ein 7,5 Tonnen LKW MAN mit Anhänger war die Ursache. Der 39-jährige Fahrer konnte das Unglück nicht verhindern. Ich bin hier unten aus dem Hügel rausgekommen und habe gesehen, dass er richtig stürmisch geworden ist. Da habe ich schon langsam abgebremst. Und dann hat sich der Anhänger ungefähr 50 Meter hier von der Unfallstelle an, hat er sich angehoben und hat einen kompletten LKW rumgedrückt. Da siehst du, da bin ich ja hier gegen eine Leitplanke gefahren und dann hat der Wind mich, der Wind, rüber gedrückt mit einem kompletten LKW. Und so ist das passiert. Der leere Anhänger war etwa zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Zwickau-Ost umgekippt, nachdem er von einer Windböe erfasst worden war. Er kam auf der linken Fahrspur und der Mittelleitplanke zum Liegen. Der LKW stellte sich auf der rechten Fahrspur und der Standspur quer. Personen wurden zwar nicht verletzt, doch der Schreck saß dem Fahrer noch immer im Nacken. Ich fahre ja nun schon lange genug, über 20 Jahre jetzt. So etwas habe ich aber noch nicht erlebt, sage ich dir, so wie das ist. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 9500 Euro. Zur Beräumung war schwere Bergetechnik an der Unfallstelle notwendig. Der Stau erreichte zeitweise eine Länge von über sechs Kilometern. Er löste sich erst gegen Abend wieder auf.